Die Bundesliga-Hinrunde ist zwar noch nicht komplett beendet, wir haben erst 16 von 17 Spieltagen durch. Dennoch ist jetzt natürlich erstmal Winterpause und dementsprechend möchte ich euch heute mal mein Bundesliga-Team der Hinrunde präsentieren. Also die 11 Spieler auf den verschiedenen Positionen, die eben am besten performt haben. Ich habe es natürlich so gemacht, dass die Besten reinkommen. Am Ende ist es ein 4-2-2-2 geworden vom System her. Aber schauen wir es uns einfach mal an, auf was ich letztendlich gekommen bin. Zuvor muss ich mal noch sagen, ich finde es diese Saison extrem schwierig. Man könnte da gefühlt einfach die komplette Leverkusen- oder Stuttgart-Stammstadelf nehmen. Und es würde sich dann einerseits bei allen Spielern, die dann drin sind, richtig und auch verdient anfühlen, weil die einfach extrem gut performt haben und ansehnlichen Fußball gespielt haben. In die Kategorie müsste man dann natürlich auch noch einen Kane oder Sané von den Bayern mit reinnehmen. Aber andererseits fehlen so halt auch viele saustarke Spieler. Also wenn man jetzt beispielsweise einfach nur die Leverkusen-Stadtelf nimmt, dann fehlen alle Stuttgart-Spieler, Sané und Kane. Also es war extrem schwierig in diesem Jahr. Aber fangen wir einfach mal im Tor an. Und da spielt bei mir Gregor Kobel. Ich kann schon mal sagen, ist der einzige Dortmund-Spieler hier in der Mannschaft. Aber sollte, glaube ich, auch nicht allzu überraschend sein. Es war bei mir so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen drei Torhütern, die alle ziemlich gleichsteig waren und gut performt haben. Danach ist, glaube ich, so ein bisschen ein Loch von den Leistungen. Vielleicht kann man noch Radetzky nehmen. Aber letztendlich habe ich so wirklich geschwankt zwischen Kobel, den ich genommen habe, und Baumann von Hoffenheim und Schwäbe von Köln. Wenn man statistisch schaut, hat tatsächlich Schwäbe die meisten Gegentore verhindert. Aber ich fand einfach Kobel am beeindruckendsten. Baumann auch viele Elfer pariert. Dennoch Kobel in einer schwachen Dortmund-Mannschaft noch viele Punkte geholt für sie. Und einer der Gründe, warum man überhaupt noch in Reichweite der Champions-League-Plätze annähernd ist. Deshalb für mich Gregor Kobel im Tor. Gehen wir weiter auf die rechte Seite der Viererkette. Und da spielt bei mir logischerweise Jeremy Frimpong. Klar, bei Leverkusen selbst spielt er in einer Dreierkette, beziehungsweise teilweise sogar noch weiter vorne als Flügel. Aber sollte so auch funktionieren. Ist natürlich sehr offensiv stark, muss man nicht viel zu sagen. Hat fünf Tore und sechs Vorlagen aufzuweisen. Also da kann man eigentlich nicht viel dagegen sagen. Man kann nur auch hier noch Alternativen erwähnen mit einem Benjamin Henrichs. Gut, das ist eigentlich auch die einzige. Und der war zwar sehr solide, aber nicht annähernd auf dem Niveau von einem Frimpong oder anderen Spielern hier in der Top 11. Gehen wir in die Innenverteidigung. Und da gab es eigentlich mehrere Kandidaten. Ich habe mich letztendlich für einen von Leverkusen und einen von Stuttgart entschieden. Der Stuttgarter ist eigentlich recht offensichtlich mit Waldemar Anton. Macht es da wirklich überragend als Abwehrchef und sollte auch ein Kandidat für die Nationalmannschaft sein. Während der andere Innenverteidiger, wie gesagt, von Leverkusen kommt. Da gibt es ja drei zur Auswahl aus deren System. Ich habe mich letztendlich für den entschieden, der am wenigsten Innenverteidiger ist von den drei. Da ist mit Odilon Kosonu. Der ist, der häufig auch rechts so ein bisschen eine Hybridrolle einnimmt, dass er auch teilweise Rechtsverteidiger spielt. Aber der hat mich einfach am meisten überzeugt in der Dreierkette, wo die anderen mit Tarr und Tapsubar aber natürlich auch erwähnt werden sollen. Wie auch Zagadou von Stuttgart, der eben der Innenverteidigerpartner von Anton ist und es auch gut macht, aber halt nicht ganz so stark wie sein Partner. Aber auch ein Robin Koch bei der Eintracht als Neuzugang und auch ein anderer Neuzugang, nämlich Bernardo bei Bochum, machen es wirklich sehr gut und sollten hier zumindest erwähnt werden. Gehen wir ein zweiter und mein Linksverteidiger ist dann Janiklas Beste. Und bevor ihr jetzt alle ausrastet und in die Kommentare schreibt, wartet erstmal ab und lasst mich Beste rechtfertigen. Und da gehen wir zur nächsten Position über. Also Beste, finde ich, hat da seinen Platz irgendwie schon verdient für mit die schlechteste Mannschaft. Gut, Darmstadt ist wahrscheinlich noch schlechter. Ist er wirklich der überragende Spieler, nicht ein Kleindienst oder sonst wer. Beste ist wirklich der, der da die Chancen kreiert. Aber halt vor allem die Standards schlägt, wie ich finde, die besten der Liga und hat da mit fünf Toren und sieben Vorlagen wirklich großen Anteil daran, dass man so gut dasteht in der Liga. Deshalb für mich ein Kandidat, den ich hier unbedingt mit drin haben wollte. Klar, er spielt eigentlich eher offensiver, ist aber gelernter Linksverteidiger. Offensiv ist halt noch weniger Platz für ihn. Und auf der linken Abwehrseite habe ich für ihn Platz geschaffen, denn die meisten werden jetzt entsetzt sein, dass ich hier keinen Grimaldo drin habe. Aber wir gehen jetzt weiter auf die zwei Achter bzw. Sechser-Positionen zentral im Mittelfeld. Und mein linker Sechser ist dann tatsächlich Alejandro Grimaldo. Werden jetzt viele vielleicht ein bisschen aufschreien. Ist ja eigentlich der linke Schienenspieler bei Leverkusen. Aber wenn man mal seine Entwicklung anschaut, ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, wo ich darüber gesprochen habe. Der wird nämlich unter Xabi Alonso zunehmend mehr inverse genutzt, also dass er eher zentraler ins Mittelfeld einrückt, wie jetzt außen an der Seitenlinie klebt und da halt eben die Flanken reinschlägt, wie er es bei Benfica vor allem noch gemacht hat letzte Saison. Und genau das hat halt, wie ich finde, auch dazu geführt, dass er jetzt deutlich mehr in der Chancenkreation eingebunden ist, auch aus dem Spiel heraus. Und halt vor allem auch seine enorme Schusstechnik nutzen kann. Das war ja vor allem über Standards ansonsten der Fall. Aber jetzt kann er es eben auch aus dem Spiel heraus. Hat da einige Tore gemacht. Sieben an der Zahl in der Liga. Und auch fünf Vorlagen. Und deshalb muss er hier rein. Links hinten wollte ich halt Beste irgendwie auch reinbekommen. Deshalb für mich jetzt auf der Acht könnte er, denke ich, auch spielen. Macht es ja auch teilweise je nach Spielsituation. Und diese Rolle im Zentrum steht auch für mich stellvertretend dafür, dass er jetzt so explodiert und so krasse Leistungen zeigt. Deshalb habe ich ihn jetzt mal auf der ungewohnten Position auf der Sechs reingenommen. Was aber auch gewissermaßen seine Entwicklung unterstreichen soll und seine Top-Leistungen. Dafür habe ich mich dann im Zentrum wiederum auf nur einen wirklich gelernten Sechser bzw. Achter reduziert. Denn da gibt es eigentlich auch wirklich Top-Spieler zur Auswahl. Man muss hier die Doppel-Sechs von Stuttgart und die Doppel-Sechs von Leverkusen erwähnen. Und davon ist es dann auch einer geworden. Viele wären da jetzt wahrscheinlich bei Stiller von Stuttgart. Ich habe mich letztendlich für Palacios von Leverkusen entschieden. Wäre einfach ein bisschen eingespielter mit Grimaldo auf der Position. Nee, aber mal Spaß beiseite. Ich finde ihn auch so den stärksten Spieler auf der Position, würde ich sagen, in der Liga. Auch wenn es extrem eng ist da. Also die sind alle auf Top-Niveau. Stiller, Xhaka, Palacios sehe ich alle in etwa auf einem Level. Aber Palacios hat mich nochmal ein bisschen mehr überzeugt. Ist wirklich auf absolutem Top-Niveau, sei der Weltmeister ist. Auch wenn er da keinen allzu großen Anteil dran hatte. Aber bei Leverkusen performt er enorm. Ist für mich deshalb neben Grimaldo hier gesetzt. Aber ansonsten, wie gesagt, Stiller, Xhaka muss man erwähnen. Karasor ist jetzt nicht unbedingt einer für die erste Elf. Aber überzeugt auch wirklich als Abräumer für den VfB. Und dann gibt es auch nochmal einen Bochumer, den man hervorheben muss mit Stöger. Den ich ja letzte Saison tatsächlich auch in der kompletten Elftersaison hatte. Also auch nach der Rückrunde. Und auch von Hoffenheim gibt es zwei Kandidaten mit Brömmel. Der ja auch in die Nationalmannschaft berufen wurde als Achter. Wirklich offensiv stark. Aber auch auf der Sechs Anton Stach. Der ist wirklich unter dem Radar einer der besten Sechser der Liga. Also gegen den Ball arbeitet er extrem stark. Hat aber auch ansonsten gute Statistiken. Und übt da die Rolle der Holding Six wirklich echt gut aus. Und offensiv gibt es für mich eigentlich viel weniger zu diskutieren. Das sind die vier, die ich genommen habe, eigentlich gesetzt. Auch wenn es gute Alternativen gibt. Vorne rechts ist es für mich Leroy Sané. Da gibt es eigentlich auch nicht wirklich Alternativen auf der Position. Und er muss hier rein. Das muss man gar nicht wirklich verargumentieren. Der spielt eine bombastische Hinrunde. Hat am Ende vielleicht ein bisschen nachgelassen. Aber dennoch war das nahezu Weltklasse. Und daher muss er hier rein. Dann auf der linken Seite habe ich einen Zehner mit Florian Wirz. Der hier auch rein muss. Auch wenn seine Scorer zahlen. Ich glaube 5 Tore und 7 Vorlagen gar nicht mal so krass sind, wie man denkt. Hat er einfach einen enormen Einfluss auf das Spiel von Leverkusen. Spielt enorm viele Steckpässe. Ist da wirklich der Kreativposten Nummer 1. und muss hier einfach rein. Man kann da natürlich auch einen Xavi Simons erwähnen. Zudem ein Julian Brandt muss ich hier auch nochmal hervorheben. Der hat gleich viele Scorer wie Florian Wirz. Nämlich 5 Tore und 7 Vorlagen in einer schlechteren Mannschaft. Also das verdient auf jeden Fall Anerkennung. Auch wenn er dann insgesamt gesehen für mich natürlich nicht ganz so stark war wie ein Wirz selbst. Wirz Teamkamerade auf der anderen Halbposition mit Jonas Hofmann muss man hier auch erwähnen. Ebenso wenn man hier die linken Flügel berücksichtigt. Natürlich noch einen Chris Führig. Der es hier aber auch nicht reingeschafft hat. Weil die Konkurrenz offensiv enorm stark ist. Und zum Abschluss besteht mein Doppelsturm aus Harry Kane und Girasi. Da gehe ich nicht drauf ein. Also die Tore sprechen für sich. Aber es gibt wirklich gute Alternativen. Ein Dennis Undaf hat ein bisschen spät angefangen. Wegen der Verletzung zu Beginn halt. Aber dann war seine Leistung auch wirklich top. Ein Victor Boniface ist noch so ein bisschen im Abschluss nicht der Beste. Also er hat enorm viele Chancen. Hat dementsprechend auch viel genutzt. Aber auch viel liegen gelassen. Deshalb hier nicht mit drin. Jonas Wind, der wirklich mit der einzigste Spieler ist, der bei Wolfsburg Leistung zeigt. Und da eigentlich alles im Alleingang macht. Sei es mit Toren oder mit Vorlagen. Genauso ein Marvin Dux bei Bremen, der wieder mal eine enorm steige Saison spielt. Auch wenn es so ein bisschen unter dem Radar ist. Genauso stark ist ein Demirovic als Kapitän für Augsburg. Auch mit vielen Vorlagen. Also der arbeitet da wirklich stark im Sturm vorne drin. Und auch Openda muss man natürlich erwähnen. Genauso wie einen Mamouche von Frankfurt. Das war es also. Mein Team der Hinrunde der Bundesliga-Saison 23-24. Schreibt mir gerne euer Team in die Kommentare. Auch was ihr von meinem haltet. Kann man das so machen? Oder ist es vielleicht doch nicht ganz optimal? Schreibt es gerne unten rein. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da. Falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.